glück auf zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf eurem stammplatz 1848 teil zwei steht vor der tür der endspielreihe der 31 spieltag ich hatte sie ja so quasi ins leben gerufen diese endspielreihe als ich im letzten video auch geschrieben habe endspiel 1 von 4 jetzt ist 2 von 4 31 spieltag zu gast der fc augsburg an der kastropper straße heimspiel für unsere mannschaft für unseren vfl bevor wir auf die ganzen einzelheiten eingehen ganz allgemein der 31 spieltag interessante begegnungen wo hoffentlich ich meine ich brauche nicht sagen wenn ich euch die partien gleich vorlese welche mannschaft gewinnen soll das kann man sich da selber heraus denken aber ich gehe trotzdem also die partien durch unserer direkten konkurrenz köln gegen hertha münchen gegen schalke wolfsburg gegen hoffenheim stuttgart gegen leverkusen es ist relativ klar welche mannschaften von mir die daumen gedrückt bekommen werden an diesem 31 spieltag aber viel wichtiger ist natürlich dass wir unsere hausaufgaben machen natürlich müssen wir jetzt auch tabellarisch gesehen durch unser echt mieses torverhältnis müssen wir auch darauf hoffen dass der ein oder andere konkurrent punkte liegen lässt und deshalb wir müssen unsere hausaufgaben machen mark lettau unser technischer direktor hatte es gesagt es ist ein alles oder nicht spiel everything or nothing und wir müssen einfach schauen dass wir zu hause ich hatte es gegen leipzig hatte ich es ja einmal betitelt da habe ich auch geschrieben zurück zur heimstärke und genau so müssen wir dieses motto auch angehen gegen augsburg wir müssen zurückfinden zu dieser heimstärke wenn ich an diese phase denke wo fünf heimspiele in folge gewonnen haben und das gegen welche mannschaften ey leute dann müsst ihr gegen augsburg ist einfach schaffen diesen funken diese mentalität egal was in diesen fünf spielen war genau das wieder abzurufen euch daran zu erinnern damit ihr das gegen augsburg wieder hinbekommt das ist so wichtig diese drei punkte können gold wert sein an diesem spieltag wenn man dann auch auf die anderen begegnen natürlich dann so schaut aber es ist natürlich alles andere als einfach denn auch augsburg möchte nicht in diesen sumpf noch mit reingezogen werden weil auch die sind rechnerisch gesehen noch nicht sicher und deshalb muss einfach alles daran gesetzt werden dass wir dieses spiel angehen als wäre es eigentlich schon das endspiel 4 von 4 und mit dieser mentalität alles oder nichts auch da rein gehen und auch das beherzigen was unser capitano nach dem gladbach spiel gesagt hat das steht an allererster stelle leute ich sag's euch nervlich gesehen bin ich in der letzten zeit ein ganz schönes fack was uns angeht und auch wenn ich so wenn ich so daran denke es ist einfach nicht mehr viel es sind nur noch es sind noch diese drei spiele und eigentlich möchte ich dass ich die dass diese zeit so schnell wie möglich umgeht aber dass auch so schnell wie möglich die gewissheit unterm strich steht dass es für uns reicht aber es wird halt auch bis zum schluss dauern und das macht mich halt irgendwie so nervös und angespannt weil ich einfach nur möchte dass unser vfl natürlich in der ersten liga bleibt ich sag's euch es ist nicht einfach und es ist einfach nur nervlich gesehen einfach nur eine achterbahnfahrt mit unserem vfl aber dafür sind wir auch vfl fans alles andere wäre langweilig so spaß beiseite schauen wir rein bochum gegen augsburg die partie gab es kurioserweise ich meine wahrscheinlich war es für mich in dem moment einfach so ein bisschen abwesend dass es ja noch gar nicht so viele partien gab ich hatte die seite aufgerufen und dachte mir bisher gab es nur sechs spiele zwei in der zweiten bundesliga ein spiel im dfb pokal und drei in der bundesliga also wirklich ein duell was was es noch gar nicht so lange gibt aber ich kann mich daran erinnern dass wir das damals noch mit thomas als wir auch darüber gesprochen haben dass uns da auch dann sehr überraschend aufgefallen ist dass da glaube ich damals die erste die zweite begegnung war was auch immer aber wie gesagt das war auf jeden fall oder ist immer noch überraschend zu sehen dass es diese partie gar nicht so oft bisher gab drei spiele davon konnte unser vfl gewinnen ein unentschieden zwei siege für die augsburger ja zuletzt konnten wir unseren ersten auswärts sieg gegen augsburg in dieser saison erzielen das heißt das ist auch die letzte erfolgs bilanz also das letzte spiel was wir gegen augsburg gewonnen haben das letzte spiel in der hinrunde nicht das letzte spiel der hinrunde sondern ich wollte das so formulieren der letzte sieg gegen augsburg war in der hinrunde so ist es richtig und ja da bin ich natürlich immer noch euphorisiert wenn ich daran denke wie wir damals unseren ersten auswärts sieg da geholt haben wie wichtig das einfach war auch diese drei punkte damals zu erzielen und vielleicht 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 ist es genau jetzt die nächste gelegenheit damals hatten auch alle gesagt jetzt muss der auswärts sieg her jetzt wenn nicht dann wann sonst und alles dann müsste auch jetzt vielleicht wieder genau dieses motto aufleben damit auch genau das wieder in erinnerung gerufen wird diese brisanz auch des letzten spieles gegen augsburg um wieder erfolgreich zu sein damit diese rückkehr sozusagen auch nicht diese rückkehr sondern damit dies auch gelingen kann kommt ein spieler auch hoffentlich zurück und wird zum spiel am samstag auch wieder fit sein wenn alles gut läuft und das ist kevin stöger und kevin stöger ist natürlich ein ganz ganz wichtiger spieler für unsere mannschaft allein wenn man auch schaut wie er den spielaufbau beeinflusst und er ist halt auch derjenige der dafür sorgt dass die bälle verteilt werden er hat so viele ballkontakte wie kein anderer beim vfl er steht glaube ich sogar auf platz sechs derjenige der die bälle halt weiter verteilt in der ganzen liga und das ist natürlich auch schon viel wert wenn du einen spieler hast der so aktiv im spiel mit mischt und so viel läuft wie kevin stöger und natürlich hat er auch in der letzten zeit oder wenn man auch mal so generell schaut auch mal phasen der schwäche aber vielleicht ist es auch ganz gut dass er dass er im letzten spiel auch mal eine kleine auszeit zwangsläufig bekommen musste um jetzt auch mit 1000 prozent die letzten drei spiele angehen zu können und da drücke ich ihm wirklich die daumen dass er seine beste leistung abrufen kann etwa in den letzten drei spielen weil genau so ein kevin stöger brauchen wir alleine ein freistoß kann am ende entscheidend sein die er gut schießen kann wenn ich da an dortmund denke wie wie knapp eigentlich so mancher freistoß auch generell von ihm war den er dann gebracht hatte und deshalb er kann dann halt auch wenn die freistöße aus weiterer distanz sind kann er sie auf jeden fall gefährlich in den strafraum bringen so wie gegen dort so wie gegen dortmund wie ich das gerade ja gesagt habe da war es ja glaube ich auch an bj mir auf asano war das und der hatte leider dann nicht das nötige glück um den ball ins tor zu bringen aber ihr wisst wie ich das meine stöger in bestform kann uns sehr sehr viel weiterhelfen und deswegen freue ich mich und hoffe dass es bis samstag auf jeden fall reichen wird die zeichen stehen gut und ich möchte auch davon ausgehen dass er uns helfen wird denn er wird einfach benötigt und es zeigt natürlich auch leider mal wieder dass wir ihn auch nicht ersetzen können dass wir nicht irgendwie ein eins zu eins ersatz haben und das ist auch für die nächste saison egal in welcher liga extrem wichtig ist dass wir einen 10er auf dem platz haben der einen weiteren 10 auf dem platz haben der neben stöger natürlich ebenfalls dafür sorgen kann dass gefährlich die schnittstelle zwischen mittelfeld und offensive geschaffen werden kann das auf jeden fall zur rückkehr zu hoffentlich zur hoffentlichen rückkehr von kevin stöger und schauen wir mal so generell auf die statistiken bochum augsburg da ist es relativ ausgeglichen aber unser vfl ist zum beispiel stärker was die zweikämpfe angeht wenn man das also insgesamt die ganzen spiele die bochum bisher gespielt hatte und die ganze spiele die augsburg gespielt hatte wenn man da so die durchschnittswerte miteinander vergleicht ich meine das sind drei prozent aber wir gewinnen halt 50 prozent unserer zweikämpfe und das zeigt halt auch immer wie wichtig es ist dass alle auch in die zweikämpfe reingehen und dass auch alle eigentlich immer darauf bedacht sind diese dieses mentalitätsmäßige auf den platz zu bringen aber in den letzten spielen ist mir auch schon aufgefallen dass es halt nicht mehr auf dem niveau ist ausgeklammert das derby gegen dortmund wie ich mir das wünschen würde weil da hat man wirklich gesehen da haben die jungs gebrannt da war das feuer zu sehen da war alles da was gegen glattbach mir in vielen phasen gefehlt hatte natürlich war die mentalität nicht grottig aber sie war halt nicht so wie sie sein müsste zu so einem zeitpunkt und in so einer situation und glattbach war ja auch jetzt nicht irgendwie von einer siegesserie geprägt dass die irgendwie mit der größten breitesten brust der welt gespielt haben sondern sich erst halt über unsere fehler ins spiel reingebracht haben und dadurch dann selbstvertrauen getankt haben ja ansonsten was schon echt interessant ist ist dass augsburg viel mehr läuft als wir im spiel durchschnittlich also knapp fünf kilometer mehr das ist natürlich schon nicht nicht wenig und da müssen wir natürlich auch aufpassen denn wenn wenn eine mannschaft das ist nicht ein direkter indikator aber natürlich kann es auch ausschlaggebend sein dass so viele räume dann auch wieder dicht gemacht werden beziehungsweise auch einfach dieses ständige anderen dann auch dafür sorgt dass der dass die gegnerische mannschaft also in dem fall werden das dann gern wir den ball verlieren würden durch dieses immer ständige anlaufen und uns dann zu fehlern zwingen deshalb müssen wir da aufpassen und wenn es geht natürlich die gleiche laufleistung auf den platz bringen wir nicht sogar ein bisschen besser damit man das auf jeden fall in dem moment das auf jeden fall kompensieren könnte weil das kann am ende eventuell entscheidend sein gut passquote 69 prozent bei uns 67 prozent bei augsburg das sind alles nur kleine feinheiten generell wenn wir jetzt schon mal bei augsburg auch sind beim gegner das letzte spiel haben sie gewonnen zu hause gegen union berlin das war natürlich schon ein kleines bisschen überraschend und ich war am ende auch echt noch mehr dadurch fertig als ich dann die ich hatte ich hatte natürlich nur bochum geguckt alles andere hatte mich auch erst mal nicht interessiert weil ich mir dachte ich will mich während des spiels nicht verrückt machen lassen und hatte mir auch keine anderen ergebnisse oder zwischen ergebnisse mal so angeschaut und dann gucke ich am ende so abgesehen union berlin hat verloren gegen augsburg und denken so da kann jetzt nicht deren ernst sein das kann doch jetzt nicht deren ernst sein aber es war natürlich am ende so aber die stimmung war deshalb natürlich noch viel mehr im keller auf deutsch gesagt aber sie haben auf jeden fall gewonnen hatten zuvor hatten so ein unentschieden gegen frankfurt erzielen können und entschieden gegen stuttgart ja also es ist auf jeden fall nicht so dass augsburg aktuell irgendwie eine durchstrecke hat oder dass sie dass sie irgendwie total verunsichert spielen es ist relativ stabil in anführungsstrichen und deshalb ist es natürlich für uns umso wichtiger dass wir mit allen sinnen dass wir alle sinne beisammen haben und dieses spiel auch wirklich ernst nehmen und auch annehmen und formations mäßig ist es relativ ja sie sie passen es halt immer dem gegner an mal geht es mal geht es auf eine dreierkette mal spielen sie mit einer viererkette dann mal wieder mit einer doppel sechs also sie passen es halt sie passen es halt dem gegner an wie sie spielen wollen und ich rechne oder ich gehe mal davon aus dass sie bei uns auch mit einer mit einer dreierkette auftreten werden das ist so meine einschätzung dass sie dass sie das auch versuchen wollen im spiel kann man natürlich immer schauen dass man variabel das noch mal noch mal ändert je nachdem wie das spiel natürlich auch verläuft aber für mich starten sie auch mit einer taktischen formation die mit einer dreierkette beginnt und da müssen wir einfach mal schauen wenn ich jetzt auch auf die letzte aufstellung von augsburg schaue klar ich meine rexpejai ich hätte ihn gerne eigentlich eher auf wochumer seite und wir werden auch irgendwann dann ja über mögliche transfers noch sprechen die uns erreichen könnten und da wird rexpejai auch für mich weiterhin ein faktor sein weil er ist für mich einfach ein mentalitätsmonster und wenn ich daran denke wie er sich mit dem verein identifiziert hat und wie viel spaß der daran hatte auf dem feld zu sein und uns auch anzufeuern auf den tribünen ich glaube er würde auch insgeheim gerne das hoffe ich auf jeden fall zurück an die castropper straße kommen und das wäre ein wunsch von mir wenn es nicht in der nächsten saison klappt weil er hat natürlich auch einen laufenden vertrag heißt mittlerweile im fußball auch nichts mehr weil man auch eine ablöse zahlen kann und dann kann auch ein spieler mal früher kommen aber vielleicht danach die saison aber er könnte auf jeden fall wieder ein ganz ganz wichtiger spieler werden im system des des vfl und deshalb also rexpejai klar jetzt gesetzt auf augsburger seite engels meyer und bauer das sind halt auch alle spieler die die haben qualität die sind gut bauer verteidiger engels ebenfalls mittelfeldspieler demirowitsch also es ist auf jeden fall eine starke truppe die auch in der saison die ein oder andere überraschung schon erzielen konnten wenn ich an den sieg denke den sie gegen münchen erzielen konnten dann ist augsburg eine überraschungsmannschaft die man nicht unterschätzen darf wie gesagt ich gehe davon aus sie dass sie mit einer dreierkette in bochum auftrumpfen werden und dann werden wir einfach mal schauen ja wie das denn dann für uns am besten zu bespielen ist und für uns ich habe hier so einen kleinen schönen zettel geschrieben ich habe ja gesagt wie es wie oder wie wir augsburg bespielen müssen habe ich mir einen kleinen schönen zettel gemacht ihr seht ich habe hier so ein bisschen rum geschmiert weil ich mir so ein paar ideen überlegt hatte dann habe ich sie wieder verworfen und habe mir gesagt nee das kannst du eigentlich nicht machen ich habe jetzt zum beispiel mal den namen bruschinski aufgeschrieben anstand hochmann dann habe ich mir auf der anderen seite gedacht ja bruschinski ist nicht schlecht aber du brauchst auf der anderen seite wieder ein hofmann weil er einfach groß ist der der hilft dir dann auch gleichzeitig weiter wenn ecken sind des gegners im eigenen strafraum um den dicht zu halten die eigene kopfbeistärke die er hat wenn halt ecken reinkommen vom von weiß ich nicht von ist ja egal wer die ecken dann schießt ob es jetzt ein förster ist oder an wie er j oder keine ahnung wer aber dass er natürlich auch da immer stark ist und vor allem er ja auch derjenige ist der die meisten tore für uns als einzelspieler erzielt hat und deswegen tue ich mich schwer eigentlich an der personalie was zu rütteln obwohl ich eigentlich bruschinski gerne mal von anfang an sehen würde wenn ich dann aber sage okay lasst uns doch mal eine doppelspitze sprechen dann müsste man zwangsläufig jemand aus mittelfeld ausgehe aufgeben und das wäre jetzt auch nicht so die variante die ich bevorzugen würde und deswegen läuft es halt für mich weil unser kader ist irgendwie auch nicht anders her gibt läuft es halt wieder auf dem 4 2 3 1 hinaus und wir haben im tor ich bin es euch auch wieder ein ein riemann dann habe ich mir aufgeschrieben steiflidis masovic ordez janko das ist für mich unsere abwehrkette weil soares muss unbedingt einfach jetzt auch mal dann vom platz runtergenommen werden ich finde es gut dass lecce eben am anfang noch vertraut hat und auch das vertrauen geschenkt hat um zu sagen er junge macht doch bitte einfach wieder das was du kannst aber es hat leider nicht funktioniert deshalb muss jetzt aber auch die konsequenz gezogen werden janko gut da könnte man noch überlegen gamboa hat es jetzt nicht katastrophal schlecht gemacht aber es hat ja auch einen grund warum lecce zur halbzeit in gladbach die beiden außenverteidiger halt auch rausgenommen hat und mit stuffy und mit janko war es dann nicht perfekt aber es war besser es war besser als die kombination soares gamboa im mittelfeld im defensiven mittelfeld sehe ich losilla und förster und dann kommt unsere ja dann kommt kevin stöger natürlich zurück auf der 10 das hoffe ich dass das passt und ich bin immer noch dafür ein heute mal wieder auf den platz zu bringen und ein an wie er jay und vorne dann philipp hofmann das ist meine aufstellung so möchte ich dass wir dass wir gegen gegen augsburg spielen werden schreibt in die kommentare was ist euer wunsch wo würdet ihr vielleicht eine personalie doch noch verändern wo würdet ihr mehr dran rütteln schreibt es gerne in die kommentare da bin ich natürlich sehr gespannt drauf und ja bevor wir dann zum spieltagstipp und zum abschluss dieses zweiten teiles der endspielreihe dann kommen möchte ich mit euch noch kurz darüber sprechen so ein bisschen drumherum wir haben einen neuen teuter verpflichtet er kommt aus der dritten leader tide und ist neben paslag und nur los lee der nächste transfer für unseren vfl ich bin sehr gespannt inwiefern er seine entwicklung beim vfl noch weiter vorantreiben kann er war ja auch schon mal in bochum beziehungsweise nicht jetzt in der lizenzmannschaft vom vom von von einer von der ersten mannschaft aber auf jeden fall was die was die jugendarbeit angeht und hat hier in der jugend seine ersten schritte auch mit auf den weg bekommen und war auch immer dem vfl gewogen hat doch immer geschaut und die entwicklung beobachtet und hat ein vertrag bis 2027 also eine lange laufzeit oder bin ich sehr gespannt wie er seine entwicklung hier vorantreiben kann 24 also noch einer von der jungen sorte und natürlich merkt man geht es auch darum perspektivisch auch diese position zu verjüngen und wer weiß vielleicht ist es auch ein guter transfer ist stammspieler in werl also stammtorhüter und dann schauen wir einfach mal wie er hier in bochum ja so zurechtkommen wird ansonsten klicke ich hier noch mal durch ja was natürlich extrem bitter ist tolber unser nachwuchstalent vom vom vfl aus der u19 und 19 kapitän kreuzband riss ist natürlich extrem bitter aber hier kann man einfach nur die besten wünsche und genesungswünsche dann an tolber senden und einfach hoffen dass er schnell so schnell wie möglich und so schnell ist natürlich dann auch die behandlung zulässt oder auch die verletzung zulässt und dass er wieder zurückkehren kann auf den platz denn er ist für mich auch einer der so ähnlich wie wie bella kochab und leitsch ein spieler ist der aus unserem eigenen talentbereich potenzieller stammspieler werden kann und auch das nötige talent hat um diese position die er dann auch kriegen könnte ausfüllen kann deswegen da natürlich gute besserung kommt schnell kommt schnell wieder zurück damit du ja damit du weiter an deiner karriere arbeiten kannst ja das war es eigentlich auch was ich euch mitgeben möchte für das für das spiel gegen gegen augsburg ihr seht vielleicht noch ganz kurz habt ihr vielleicht gesehen ich habe so ein bisschen das setting hier noch angepasst vor allem hier in dem kleinen bereich da ist die dauerkarte da ist der mitgliedsausweis ich wollte das so ein bisschen alles noch und da eine kastropper straßenfußball wollte das alles noch so ein bisschen auf hübschen ich hoffe es ist mir gelungen und jetzt kommen wir zum spieltagstipp 10 vfl bochum ich sag dazu nicht mehr viel ich sag dann gar nichts mehr zu 10 vfl bochum und dann schauen wir schreibt alles in die kommentare was euch durch den kopf geht schreibt euren spieltagstipp runter eure ausstellungswünsche all das was euch wie gesagt durch den kopf geht lasst einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat drückt auf den abo button lasst die glocke bimmeln damit ihr auch keine video mehr von eurem stammplatz 1848 verpasst ja das war's daumen sind gedrückt ich bin gespannt wie ein flitzebogen und hoffe und bete einfach nur dass es für unseren vfl gut geht in diesem sinne bleibt gesund macht es gut und glück auf zusammen